Musik Willkommen hier zurück meine Freunde auf TonyTotschlägerTV Hier ist euer allseits beliebter TonyTotschläger Und joa, das sag ich nicht ohne Grund halt Ihr seid die geilsten einfach, was ihr für Kommentare und so schreibt Ich feiere euch so unnormale Ich glaube ich feiere euch mehr als ihr mich Aber joa, was soll man sagen Wir sind hier zurück im Karrieremodus Irgendwie ist das PSN nicht da, gar nichts geht Ich wollte eigentlich gegen einen Abonnenten für euch einen Kampf aufnehmen Gegen den Peter Der wollte gegen mich fighten Wir haben schon 1, 2, 3 Kämpfe oder 4 Kämpfe sogar gemacht Ein bisschen gegeneinander 2 zu 2 steht Es wäre jetzt das Finale gekommen Das wollte ich für euch aufnehmen Ja, wir wollten mal ein bisschen so gucken Und uns ein bisschen beschnuppern Wie derjenige so kämpfen kann Ja, what the fuck, Alter Geht leider nicht Deswegen mache ich euch natürlich einen Karrieremodus hier am Start So oder so, Alter Reißen wir das jetzt hier Okay, dann drücken wir hier mal auf Kampf, was? Kampfangebot Ah, müssen wir den Ja, nehmen wir Oh, wie sieht er denn aus, Junge Er ist richtig verbrannt, Junge Oh mein Gott, Alter Das ist doch kein normaler Schwarzer, Junge Das war einer, der beim Brand irgendwie Der im verbrannten Haus war oder so, Alter Das war auf jeden Fall kein Schwarzer 100% nicht Oder der hat sich länger nicht gewaschen oder so, Alter Der sah auf jeden Fall richtig seltsam aus Neue Fähigkeit haben wir ja freigeschaltet Brutale Kicks Ja, jetzt müssen wir hier wieder die Trainingskacke machen mit dem Adolf Körperkicks Kicks zum Körper verursachen Schaden und kosten deinen Gegner Ausdauer Halt der E2-Gedäure Ja, ja, das kann ich schon alles Langsam kann ich das Spiel richtig gut Ja, ey, was? Hab ich doch gedrückt, ey Was ist los, Mann? Ablacher Mach keine Faxen mit mir, ey Mach keine Faxen hier Ab geht da hier Bam 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 Och, nein Kennt ihr das, Alter? Ihr wollt was drücken, aber ihr drückt eigentlich was ganz anderes So, das war jetzt gerade schon wieder der Fall hier Aber egal, wir werden das hier 100% mit dem schwarzen Gürtel beenden Was ist los? Ich muss ja erst mal wieder reinkommen Dieses fucking PSN hat mich schon wieder richtig aufgeregt Was ist denn mit euch los, Sony, hä? Jetzt bezahlen wir schon Geld Im Monat oder im Jahr Kommt drauf an, was man für ein Dings Abo macht Für eher beschissenes PSN, ja Und dann sind da dauernd irgendwelche Probleme Man kommt nicht richtig ins Store rein Man kackt auf die Straße Playstation 4 ist besser als Xbox One Alter, gerade noch geschafft, habe ich noch gesehen Shit Ist besser als Xbox One Definitiv Xbox One kann nicht mal 1080p Habe ich mich mit dem Peter auch schon drüber unterhalten Nimmt dein Gegner seine Bewegungsfreiheit, indem du in den Clinch gehst Verwende er den, um einen Clinch einzuleiten und L3, um dich aus dem Clinch zu befreien Ja, das kenne ich auch schon Ist auch kein Thema Komm her Ja, das will ich sehen Genau so Und guckt verdammt nochmal in die Beschreibung In die, äh Immer in die Beschreibung unter jedem Video Die ersten Links, die da sind Meine Facebook-Seite Geht drauf, Alter Lasst mal ein Like da Ihr unterstützt mich hier schon so geil Wäre auch Hammer, wenn meine Facebook-Seite ein bisschen wächst Und genau unter dem Link von meiner Facebook-Seite Ist mein Musik-Kanal Sage ich hier nochmal ganz ausdrücklich Geht da drauf Was sollen wir denn machen? Ah, nein, ich hab's nicht gesehen, Alter Ich weiß gar nicht, was ich machen soll Kicks abblocken? Ne, auch nicht abblocken Ich weiß es nicht Sorry, ich hab's nicht gelesen Egal, dann lassen wir uns hier mal kaputt hauen Ähm Da ist mein Musik-Kanal Ich mache seit sieben oder acht Jahren Das weiß ich jetzt nicht mal genau Müsst ihr mal auf dem Kanal lesen von mir Musik Nenne mich MG Zieht euch einfach ein, Alter, ne Der Peter hat mich schon gefragt Wenn du das wirklich bist Hab ich ein bisschen was vorgerappt Hat er gehört, dass ich's bin Geht auf meinen Kanal Zieht euch ein bisschen was von mir rein Ich bin kein 0815-Rapper auf jeden Fall Weiß schon, was ich da tue Produziere alles selber Aber mit geilem Sound und so Könnt ihr euch also schön die Anlage Könnt ihr euch schön reinfahren Auf jeden Fall Ach, bewege dich Ich nutze Pendel und Ausweichbewegungen Um zu verhindern Ach so Sagt das doch gleich, Digga Kann ich doch Kann ich doch Ah, das ist wieder diese Eine Kacke Haben wir das nicht schon mal gemacht, ey? Muss man immer wieder dieselben Sachen machen, wa? Um diese Punkte zu kriegen Auf jeden Fall Gebt euch die Mucke, Mann Dreh durch auf Beats, Junge Dreh durch Dann könnt ihr den Kanal von mir auch noch abonnieren Im September werde ich auf jeden Fall mein Album produzieren Das wird richtig ballern, Alter Ich hab meine Beats jetzt zusammen Übelst lange Beats gesucht Ach, das wird doch hier wieder nix Übelst lange Beats zusammengesucht und so Ach, wir drücken das jetzt weg Ich kacke auf diese Punkte, ganz ehrlich Weil Hier macht man immer dasselbe Ist doch bescheuert, Alter Wir wollen doch hier ein bisschen kämpfen Ja, schöner Clinch Weiter geht's hier Haben wir da nicht so viel gekriegt Ist egal Brauchen wir nicht Kippe her ein paar Punkte Kickgeschwindigkeit Ja, auf jeden Kannst du uns ein bisschen was geben 14 Punchgeschwindigkeit Rechte Beinstärke Linke Handstärke Rechte Handstärke Ah, machen wir mal unsere Punches Hier ein bisschen krasser, oder? Hier noch Punchgeschwindigkeit Alles klar, reicht uns schon Kein Bock Irgendwelche Punches oder so zu kaufen Ich will lieber ein bisschen stärker werden Das ist mir wichtig Erstmal ein bisschen stärker werden Und dann werde ich auf jeden Fall Noch irgendwas krasses kaufen Ein paar Skills für ihn Was ist das denn? Ja, erstmal einfach weiter drücken Keine Ahnung Irgend so eine Auslosung auf jeden Fall Ah, ihr wisst Das muss ich wegdrücken Ihr seht es oben hier selber Haben ja alle was dagegen Ne, irgendwelche Szenen zu zeigen Und diesmal will ich den Tony-Totschläger-TV-Kanal Nicht wieder ficken, Alter Nicht wegen sowas Also, das ist echt traurig Aber wir hatten doch unseren Gegner Schon ausgesucht hier Den Verbrannten Der gerade noch aus dem Haus gekommen ist Guck mal Ja, doch ist ein Schwarzer Aber er sieht komisch aus, ne? Ist eher so orange Haut Würde ich sagen Aber wir kämpfen auf jeden Fall im Oktagon Ich poliere dem jetzt so die Fresse, ne? Jetzt kann ich das Spiel schon ein bisschen Ich hoffe, den nehme ich jetzt auseinander, Junge Jetzt reißt ich die, Alter Jetzt kommt Adolf, der Tier, Alter Der reißt sich so unnormal auseinander, Junge Das heißt nicht das Tier Das heißt bei mir der Tier Jetzt kommt Adolf, der Tier Schade, dass man nicht selber so aussuchen konnte Weil da werden auch immer so Namen gesagt Bei Adolf kommt The Bulletproof oder so Aber ich würde Dings selber so sagen Adolf, der Tier Das wäre doch richtig geil Wenn der Ansager das dann so sagt Mit meiner Stimme Adolf, der Tier Das würde auf jeden Fall Hammer sein Coconut Creek FL USA Yeah Ja, komm her, Coconut, Alter Kokosnuss, Alter Jetzt zerreißen wir dich richtig Ja? Denkst du, ich hab jetzt Angst oder was? Was ist das? Was ist das? Jetzt mal sehen, meine Kombinationen hier, Junge Papanches Oh, oh, nein Da haben wir uns ja direkt wieder geblamiert Das ist ja nicht mehr normal Hat er uns gleich richtig kaputt gehauen Hier im Oktagon Ja, lassen wir ihn erstmal hauen Ja, hau mal Bam Kriegst du erstmal einen Körpertreffer Uh, der hat ihn aber hart getroffen Gleich nochmal einen hinterher Ja, ja Bam 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 Oh, nein Ey Er trifft immer genau im richtigen Augenblick Was ist mit ihm los? Seh zu, dass du Land gewinnst, Alter Reg mich hier jetzt nicht auf Wir wollen hier jetzt definitiv gewinnen Oh, Mann, der ist stark, ey Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen Ja, lauf nicht weg Was ist denn, ne? Ja Bam, bam, bam Ich muss aufpassen Jetzt aber Jetzt Baff Sauber Schöne Tritte gegen den Kopf gegeben Das war sein Kopf auch mal ein bisschen ruhig Ey, das kann doch nicht sein, dass er uns immer Er haut uns K.O Ne, er haut uns noch nicht K.O Komm schon, Adolf, steh auf Sauber Alter, ey Er hat uns dreimal hintereinander mit nur einem Schlag Gleich den Kopf rot gehauen Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier rumlaufen Bam Bam, was denn? Oh Shit, Alter Wir sind so dermaßen angeschlagen Oh Ich muss echt aufpassen, ey Der zerreißt mich sonst Nein, ich wollte gerade zutreten Wir liegen am Boden schon wieder Steh auf Steh auf Steh auf Steh auf Junge, nur weil dein Kopf ein bisschen rot ist Alter Kann er dich nicht einfach so auf den Boden drücken Gleich können wir ihn eine Brutale Wir lassen ihn erstmal nochmal schlagen Jetzt Boah, schöner Uppercut Und nochmal ein Tritt ins Gesicht Und nochmal Ach Von der Seite Nur eingeben Oh, 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 oh Gleich hat er uns Jetzt sind wir K.O., oder? Ne Der Adolf ist richtig zäh Der ist richtig zäh Wie der Finger am Fuß Ab geht's Junge, Junge, Junge Der will uns doch hier aufregen Der ist brutal stark, ey Das wird kein leichtes Pflaster auf jeden Fall Jetzt Bulletproof Wie er mich immer ansagt, Alter Er so bulletproof, Junge Hab ich ihn, Alter Ach, komm Der ist so schnell, ne Der wartet immer genau ab Boah, der ist so schwer, Alter Ich dachte, wir würden ihn richtig auseinandernehmen Wir haben ihn, glaube ich, ein bisschen zu krass unterschätzt Er fühlte sich beleidigt, Alter Dass er, äh Wir gesagt haben, dass er kein echter Schwarzer ist, ne Dass er nur so tun will So Solarium-mäßig, ne Er schläft da drin, glaube ich Erste Runde hat er auf jeden Fall definitiv gewonnen Das kann man nicht abstreiten Was denn, ne Oh, wieso verliere ich die ganze Zeit so viel Ausdauer Kann nicht sein Boah Jetzt aber Jetzt Jetzt Ach, Mann, Alter Der hält das aber gut aus Der hält das richtig gut aus Was denn Ah, er hat seine Energie gesammelt Der Kaspar Müssen aufpassen Ja Komm, gib ihn jetzt Nein Ey, wie schnell er meinen Kopf immer rothaut, Mann Bin ich eine Rothaut? Dass du meinen Kopf immer so rothaust? Geht ab bei dir Komm her, ja Komm her, zerreiß dich Egal, ob du besser bist Wir kämpfen trotzdem bis zum Letzten Bis zum Letzten Ey, er taumelt doch immer Er kriegt immer eine gute Schelle auf jeden Fall Ah, nein Oh, oh, oh Jetzt hat er uns gleich Jetzt hat er uns gleich Nein, jetzt hat er uns Jetzt hat er uns Definitiv Jetzt hat er uns K.O. gauen Ne, immer noch nicht Geht denn da ab, Alter Der hat uns schon komplett das ganze Fressbrett Fressbrett zerrissen, Alter Komm schon, Adolf Ich weiß, du kannst es Wir glauben an dich Naja, wär's da ab, ne? Das wär's da ab, ne? Du Pisser, Alter Bam Mir bleibt nichts anderes übrig Ich muss Risiko gehen Jetzt Das kann doch nicht sein, Alter Oh, mein Gott Guck mal, wie er sich freut Shit Er hat uns richtig kaputt gehauen, Mann Gleich Rückkampf reinballern Einmal Rückkampf gibt's für euch Ich muss zusehen, dass die Videos nicht immer so lang werden, Alter Sonst brauche ich so lange zum Hochladen Ach, Rückkampf gibt's gar nicht Einfach verloren, Alter Oh, Mann Das ist ja hässlich Aber wir sind aufgestiegen Schadensbericht Oh, 706 Fans haben uns deabonniert Ach, Mann, Alter Wir haben uns so Mühe gegeben Shit Ja, dann würde ich sagen Perfekt, Alter Dann gibt's jetzt jede Folge auf jeden Fall einen Kampf Natürlich werde ich dann nicht jeden Tag nur ein Video hochladen Das müsste dann, glaube ich, geiler sein Ähm, ja Unterstützt mich weiterhin so geil, wie ihr es macht Ich feiere euch unnormal Und wäre auch korrekt, wie ich geschrieben habe unter dem letzten Video Wenn ihr die Videos mal bei Facebook teilen würdet Wenn ihr, äh, wenn ein neues Video reinkommt Weil das würde mir sehr helfen, ne Weil bestimmt vielleicht noch andere das angucken Und sich denken Ah, der Tony ist fresh Und so Ja, ballert einfach mal rein, Alter Das wäre auf jeden Fall richtig cool von euch Ja Und dann würde ich sagen Alter, haut da rein, Junge Beim nächsten Mal zerreißen wir alles wieder 100% Glaubt mir das Das ist ein Computer Online fickt uns keiner mehr